Morgen Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Okay, ich habe zu viel Radio Hamburg gehört, aber egal. Obwohl ich eigentlich nicht aus Hamburg komme. Ich komme aus Süddeutschland, wie viele wissen. Und wir haben Spaß, ein bisschen World of Tanks am Sonntag. Ich möchte euch einen ganz speziellen Modus vorstellen. Also hier der Ansturm, der geht in zwölf Minuten los. Den wollen wir jetzt nicht spielen. Das ist auch so ein bisschen Jodel-Modus. Aber wenn ihr schon immer wissen wolltet, was Jodeln heißt, dann spielt momentan dieses Event hier. Die Kürbis-Party. Die macht einfach nur Spaß. Und da wollte ich euch ein paar Röntgen mitnehmen. Natürlich ist der ungeeignet. Das wird mit 8 dann gespielt. Und wie gesagt, ihr könnt Belohnungen kassieren. Hier einzigartige Commander, Besatzungsmitglieder und trallern. Hauptsache, ich spiele es aber eigentlich nicht wegen dem Zeug da oben, sondern ich spiele es einfach aus Just for Fun. Und abholen. Kriege ich da was? Tägliche Belohnung. Okay, alles klar. Dankeschön. Kampffähigkeit, feuriger Schuss. In dem Modus ist es so. Ihr werdet erfahren, was ihr schon immer über Jodeln wissen wolltet. Mehr kann man eigentlich da gar nicht dazu sagen. Es macht einfach nur Spaß. Mir macht Spaß. Es gibt Leute, die hassen den Modus, was einfach nur blöd ist. Reinfahren oder die feiern den Modus. Zu denen gehöre ich. Jetzt haben wir den Vorführeffekt. Ich habe natürlich hier vergessen. Die Profis unter euch wissen es. Die Reparaturskill irgendwie. Sie geil. Sie ist geil. Hä? Was? Den zu aktivieren. Ich hoffe, der ist noch drauf. Und letztes Mal. Wie gesagt, es gibt die, die Jodeln rein. Aber ein bisschen vorsichtiger Jodeln. Es gibt das vorsichtige Jodeln. Okay. Ja, ich habe es. Gut. Ich schieße natürlich immer Premium. Und dann gibt es die Typen wie ich. Die Jodeln einfach rein. Die Jodeln, es ist scheißegal. Du spawst immer wieder neu. Das ist das Nette an dem Modus. Ich finde es geil. Okay. Es gibt die vorsichtigen Jodler und es gibt die Jodler wie mich. Einfach mal das machen, was man eigentlich im normalen Spiel nicht macht. Und ich denke mal, das genießen auch viele Leute, die den Modus ganz gerne fahren. Und da ist der erste Jodler schon tot. Habt ihr das gesehen? Das ist einfach... Das macht Spaß. So, was kommt da? Hallöchen. Ich finde es geil. Jetzt wollen wir uns hier heilen ein bisschen. Jetzt fahren wir wieder hin. Das ist einfach... Ich liebe das. Ah, Mist. Jetzt sei ich zu... zu gierig. Uh, mon dieu. Ihr seht, ich habe... ich habe Spaß. Hi. Ah, da kommt der Nächste. Hilfe. Hilfe. So geht es die ganze Zeit und alter Mann wie ich hat mal richtig Spaß hier. Und wir heilen uns wieder. Ein bisschen zumindest. Wuh. Oh, dieu. Wir haben die Base. Jawohl. Hä? Hier wird auf mich geschossen. Das ist nicht gut. Ja. Und jetzt kommt's. Achtung. Das ist immer wieder. Und los geht's. Ab in die Olga. Also, mir macht das Spaß. Ich wollte das schon immer mal machen. Einfach nur reinjodeln. Äh, wenn entscheide ich mich? Ich würde mal sagen... Ach, die Ecke da hinten. Ah, nee. Warte mal, der Astron. Warte mal. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, wo fahren wir jetzt hin? Komm, wir fahren hoch. Ole, ole. Ich finde diese Halloween-Events von Wargaming relativ unglücklich oft gewählt. Jedes Jahr irgendwie stumpfes hin- und herfahren. So wie jetzt auch eigentlich. Aber wir haben ein bisschen Spaß. Wir jodeln einfach rein. Weil wir immer wieder neu spawnen. Und das finde ich gar nicht schlecht. Drum gefällt mir der hier so. Oh. Himmel. Na, war da in der Art? Oh, wow. Aua. Das hat weh gemacht. Ich brenne. Hilfe. Die Ecke war jetzt keine gute Entscheidung. Ist irgendwie droh. We lost the track. We lost the track. Huh. Scheiße jetzt, huh? Skorpion. Warte mal, ich muss noch ein bisschen heilen. Hier, kurz. Ein bisschen. Oh, let's go. Wir versuchen mal, das Ding hier zu cappen. Wenn wir die zweite Base auch gecappt haben, dann haben wir das Ding gewonnen. Irgendwie habe ich Bock zu johlen. Ach, irgendwie habe ich Bock. Komm, wir killen alle. Hi, Schatz. Hey. Hey, hey, hey. Ich will den One-Shot. Mann. Was für ein Gegröße hier. Was für ein Verkehr. Hm. Ne, amen, amen. Na? Den will ich. Ich glaube, der kommt gejodelt. Ein, bitte. Seht ihr den? Er kommt. Ja, er kommt. Ach, komm. Ist gut für die Punkte. Bin schon ein bisschen nervös, ne? Okay, haben wir. Jetzt haben wir die zweite Base erobert. Äh. Das checke ich jetzt gerade nicht. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Hä, die war doch erobert, Leute. Ich bin irre. Ich komme nicht mehr klar. Okay. Na dann wird gefightet. Hi. Wir vertrauen einfach mal auf unseren Russen. Scheiße. Das habe ich aber schon mal die Erfahrung gemacht bei diesen Kampfpanzern. Vielleicht ist es ja auch nur, warte mal, ich habe meinen Silberhut nicht auf. Ne. Also, immer wenn ich gegen die fahre, verreck ich. Aber nur bei diesen Kampfpanzern. Bei den anderen geht es eigentlich. Oh, das ist es. Abhaken. Los geht's. Neue Runde. Neues Glück. Wir haben noch eine Minute. Ich will zu dem Typ da hinten. Das müssen wir nochmal klären hier. Das geht nicht. Ich muss es jetzt ausprobieren. Ja, ist er doch da. So, let's go, baby. Komm mit. Oh, langweiler. Da, jetzt. Jetzt mal gucken, ob ich ihn jetzt schaffe. Okay. Wo ist er? Ah. Fire. Seht ihr es? Habt ihr es gesehen? Ich bin schon wieder gegen den, gegen den gleichen gefahren. Hä? Aber nur diese Kampfpanzer. Sag mal. Ne, 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 ne. Bin ich jetzt völlig? Keine Ahnung. Schön ins Heck. Ne? Ne, ne, so nicht, mein Süßer. Und los geht's. Ach, schade. Ich war gerade mit einer Jodel-Bereitschaft. Okay. Okay, jetzt. In der Schlusssequenz. Habt ihr nochmal deutlich gesehen. Jetzt war ich eher der Vorsichtige. Ne? Der eher passive Jodler. Also wir haben heute einiges hier gelernt über Jodeln, ne? Hallo, wer bist du denn? Ach, ja, stimmt ja. Das kann man ja hier. Oh, ja, gut. Läuft. Jawohl. Ja, das ist so ein Mitglied. Also die würde ich jetzt auch in die Crew aufnehmen, ne? Also, ne. Schauen wir mal. Warte mal. Ich möchte nochmal gucken, ja. Wollen wir nochmal gucken, ne? Ja, gut. Oh, der hat gut Damage gemacht, ne? Aber das bin ich nicht. Ich mach diesen Modus nicht wegen Damage, sondern ich mach diesen Modus einfach, um reinzujodeln. Richtig schöne Sonntag-Vormittag-Beschäftigung. Ich warte übrigens immer noch Angebote von Kaffeeherstellern, damit ich endlich Werbung machen kann. Komisch. Aber egal. Den Modus mag ich eigentlich auch recht gut. Ja, da fahren wir mal. Auf B. Ich rodel gern da hinten. Hier sind wir so Kreuzfeuer und so. Hier haben wir noch von vorne oft Feuer. Mama, gut, wenn man zu weit rechts wird, musst du aufpassen. Die Mitte ist auch sehr beliebt zum Jodeln. Aber ich jodel mal links. Heute wird links gejodelt. Und wir laden natürlich hier um auf Premium. Hier seht ihr das. Ihr könnt es unentwegt schießen. Ich sag, das Jodler ist feuchter Traum hier. Aber das mit der Base vorhin, das hat mir jetzt Rätsel aufgegeben. Ist egal. Wir jodeln weiter. Scheinlich habe ich nicht aufgepasst. Weil man zu sehr mit Jodeln beschäftigt ist. Kann es schon mal sein, dass man so Flüchtigkeitsfehler macht. Ach, ich hole mal den Burask. Komme ich da unten rein? Ja. Oh ja, Burask. Na, süßer. Ne, 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 ne. Hier wird nicht abgehauen. Stopp! Hä? Okay, der Marsch. Ich kann doch mal schnell reinfahren hier. Weil der Burask wird jetzt gleich wiederkommen. Bestimmt auch so ein Jodler. Wir heilen uns ein bisschen. Na, wo ist er? Wie viel haben wir denn noch? 30 Sekunden. Sie holen sich die A-Bs hier. Und uns könntet ihr doch die B schenken, oder? Nein, da kommt er. Scheiße. Das ist halt ein Russe, der. Ich kriege die Kanone nicht runter. Jetzt fährt der Idiot raus. Mann, du sollst... Ja! Jetzt kommt der Burask wieder. Seht ihr? Da hinten. Ach, mein Dieu. Ist das wieder ein Stress. Das hätten wir jetzt fast gehabt. Ah ja. Mensch, Jutta. Der Burask kommt. Fünf Sekunden Verschluss fährt er wieder raus. Den meine ich hier. Wetten? Okay, wir haben fünf Sekunden. Bleib drin jetzt. Bleib. Bleib, Jutta. Bleib. Runter. Hast du gut gemacht. Hast du fein. Huch. Ich war's nicht. Oh, dieser Böse. Warte mal. 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 Ich finde deinen Hintern gar nicht so schlecht. Ah, hier ist drei. Na, wie geht's? Ah, jei, 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 jei. Uh. Jetzt bin ich... Seht ihr? Jetzt bin ich der etwas vorsichtigere Jodler. Ich hab keinen Bock, vorsichtig zu jodeln. Ich hab keinen Bock. Ja, fahr einfach die Flinte, du Idiot! Ah, der Borask, warte mal. Ach, scheiß doch drauf. Wir sind ja nicht im Random, wir sind im Jodel-Random. Ich komm nicht ran, oh man, oh man, ich komm nicht ran. Mon dieu! Ich bin's. Ja, tatsächlich, man kann die Base verlieren, jetzt hat man's gesehen. Ah, gut. Hm. Das ist jetzt nicht so doll, ne? Okay, ich hab gedacht, man hat sie safe, die Base. Man hat sie dann halt einmal erobert. Das ist natürlich jetzt kacke, ne? Wo reinjodeln, ne? Gut, wir haben sie ein bisschen geärgert. Drei, zwei, eins, let's go! Ich find's geil. Und gerade noch wieder rein, ab in die B. Jawohl, sie sind ein bisschen geschwächt, jetzt können wir mal versuchen, hier rein zu düsen. Ah, warte mal, Brugge... Ooooooh, ich komm schon! Die würden mal den... Ja, wir nehmen den. Ja, wir nehmen den. Jawohl! Wie gliedert das? Wir nehmen erstmal den raus. Jawohl, gerade ist jetzt Geschichte, denke ich. Drei, zwei, eins und los geht's! Jawohl! Ich glaub, wir haben B gleich wieder, Freunde. Au! Wer war denn das? Frechtax. Jo, einfach rein hier, rein hier, rein hier! Ich könnte es den ganzen Tag spielen. Naja, fast. Irgendwann ist es dann doch... genug! Ah, irgendwie... Wir fahren halt auch immer wieder dahin, ne? Hm, 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 hm. Rein, 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 rein. Jetzt sind es wieder so viele, ne? Ach, hm, 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 hm. Ihr könntest alle, wir nehmen uns den ANY schlechten Tonnen. Ah fast hätte ich ihn gehabt. Glaub mal, wie viel haben wir noch eine Minute? Ach komm, lass mich noch ein bisschen, okay? Lass mich noch ein bisschen jodeln. Ein bisschen. Nur dieses eine Mal. Ja, reicht noch. Für ein, zwei Schüsse. Und dann sind wir durchgejodelt. Yeah. Ja. Den LP, der triggert mich ein bisschen da links. Wenn ich mir jetzt mal... Ich weiß nicht. Ich muss ihn mal ein bisschen... Na? Ja. Ich hab Bock auf dich. Oh! Ja, fast. Ah, 40 Sekunden. Ah gut, guck mal, alles rot. Das hat jetzt keinen Sinn mehr dort. Irgendwann ist auch die Jodel-Polizei... ...tot. Äh... ...haben wir komplett verloren, B. Ah, 20 Sekunden noch. Komm. Uh! Na, süßer? Okay. Ah, ich glaube, ich mach noch zwei, drei Runden. Aber ich glaube, die Aufnahme mal beenden. Ich denke, ihr habt's gesehen, um was es hier geht. Ja. Um nix. Ja gut, die Profis und euch wissen natürlich, um was es geht, ne? Um irgendwelche Besatzungsmitglieder oder sonst was. Aber es geht einfach darum, mal ein bisschen reinzufahren. Ein bisschen zu jodeln. Genau. Dass der Gunnar mit dem Modus recht Spaß macht. Ich mach jetzt noch zwei, drei Runden. Und dann würde ich sagen... Ach ja, übrigens noch. Aber neben Mayerwind, wir machen so ein kleines, klaninternes Turnier. Zwei gegen zwei. Wie gesagt, Stufe acht. Wie gesagt, klanintern. Wenn ihr also noch Mitglied werden wollt in unserem Clan, könnt ihr euch noch anmelden. Aber ihr müsst halt eben Mitglied sein. Es gibt ein bisschen Gold zu gewinnen für die ersten zwei, drei Plätze. Aber eigentlich geht's gar nicht so sehr um da drum. Sonst geht einfach darum, dass man einfach ein bisschen mal was macht zum Spaß haben, klanintern. Also wenn ihr Mitglied werden wollt im Clan und an einem Turnier mitmachen wollt, meldet euch. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr danach uns treu bleiben würdet. Also nebenbei erwähnt. Wie gesagt, das ganze Ding startet am 5. November. Anmeldeschluss ist so 2. oder 3. November. Dass wir ein bisschen planen können. Das geht an dem Wochenende über die Bühne dann. Also wenn ihr Lust habt. Das Finale von diesem Turnier wird auf meinem Clan dann, auf meinem Clan sag ich schon, auf meiner YouTube-Seite erscheinen. Mit meinem exklusiven Kommentar natürlich. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Also wie gesagt, schaltet ein in 2-3 Wochen, wenn das Finale hier veröffentlicht wird auf dem Kanal. Und ja. Daumen hoch wäre nett. Abo. Das übliche. Blablablub. Und bleibt gesund. Und bis die Tage. Danke euch. Ciao.